Ja, was sagt diese Stelle jetzt aus? Diese Stelle wird ganz oft benutzt von Gegnern gegen den Trinitarismus, sei es jetzt Unitarier, sei es Muslime, ganz verschiedene Gruppen und es wird hier behauptet, dass Jesus hier bestreitet, Gott zu sein, beziehungsweise er tätigt hier eine Aussage, wo eben behauptet wird, dass es hiermit unmöglich ist, dass er dann Gott wäre, nach dieser Aussage und das ist ganz verbreitet. Es ist wirklich sehr, sehr oft genommen, sehr, sehr oft gebracht. Deswegen schauen wir uns diese Aussage mal an und zwar steht das Ganze in Johannes 17, Vers 3 und um uns das Ganze anzuschauen, wollen wir uns den Text erstmal durchlesen, einfach im Deutschen und danach schauen wir uns verschiedene Versionen an und wir wollen uns dann das Ganze nochmal im Griechischen anschauen, die Grammatik und dann wollen wir uns anschauen, Was sagt denn dieser Text aus? Was sagt dieser Vers aus? Damit ihr erstmal überhaupt versteht, worum es geht, wenn ihr nicht selber gerade das vor Augen habt, den Text, schauen wir uns das Ganze erstmal gemeinsam an und dann lese ich es mal vor. Ich fange bei Vers 1 an. Und jetzt auf dem letzten Vers, dem Vers 3, wird eben nicht behaart und dann wird gesagt, hier steht aber, der du allein, du allein, wahrer Gott bist. Also ist nur der Vater allein, wahrer Gott und somit kann der Sohn, also Jesus, nicht Gott sein, auf jeden Fall nicht ein wahrer Gott und demnach ist das ganze Konstrukt des Trinitarismus aufgelöst laut den Leuten, die sich gegen den Trinitarismus aussprechen. Aber wollen wir uns anschauen, wie viel jetzt hier dran ist? Also, wir sehen jetzt diese Aussage, der du allein, wahrer Gott bist. Und das ist jetzt in der Luther-Übersetzung. Wir schauen uns gleich noch andere Versionen an. Aber es geht um diese Phrase. Und vorher wird nämlich eben in Vers 1 klar gemacht, dass Jesus hier zum Vater spricht, ja, und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Also spricht er hier zum Vater und somit ist der Vater allein, wahrer Gott. Und der Sohn kann es somit nicht sein, weil er nicht der Vater ist. Das wäre zumindest jetzt hier die Logik. Aber, jetzt ist ein entscheidender Punkt, die Bibel wurde nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Griechisch. Also, das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben. Und deswegen schauen wir uns das Ganze in dem griechischen Text an, was da steht. Und dann schauen wir uns das Ganze an, was bedeutet das Ganze. Okay, legen wir los. Und zwar in Vers 3 steht, Also, der entsprechende Part, um den es jetzt geht, ist eben Also, dass sie dich erkennen. Und dann eben das ganz Wichtige Und das wird jetzt hier in der Lutherbibel zum Beispiel übersetzt als Der du allein, wahrer Gott bist. Aber was bedeutet das in der Lutherübersetzung? Und was bedeutet das im Griechischen? Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Der entsprechende wichtige Teil ist hierbei die genaue Satzstellung und vor allem die genauen Worte, die benutzt werden. Ja, und zwar stehen hier alle vier Worte, also Ton, Monon, Aletinon, Theon, die stehen hier alle im Akkusativ, die stehen nicht im Nominativ. Okay, also sehen wir schon mal, wenn wir wissen, das ist im Akkusativ und nicht im Nominativ, dass die Lutherübersetzung schon mal falsch ist, weil die Lutherübersetzung übersetzt es in den Nominativ. Also falsch natürlich in dem Sinne, es ist noch die richtige Aussage, aber wie es eigentlich im Text steht, geht hier verloren, weil es eben abgeändert wurde durch eine freiere Übersetzung. So kann man das sagen. So, aber der Akkusativ, der ist hier für die Aussage jetzt wichtig, damit man versteht, was hier gemeint ist und damit man nicht von bestimmten Leuten wie Unitariern oder Muslimen da irgendwie fehlgeleitet wird, durch eine bestimmte Übersetzung genommen wird, was aber nicht im Urtext steht. Also, er steht im Akkusativ. Also ist die richtige Übersetzung nicht, der du allein wahrer Gott bist, sondern die richtige Übersetzung ist, den allein wahren Gott. Okay, Ton, bestimmte Artikel im Akkusativ, also den, Monon, Aletinon, Waren, wieder im Akkusativ, die ganze Zeit Akkusativ und dann Gott, Theon, eben auch wieder im Akkusativ. Also, den allein wahren Gott ist die richtige Übersetzung und nicht, was ich vorhin gesagt habe. So, wenn wir uns jetzt überlegen, was das dann heißt im Gesamten, dann heißt es, dass sie erkennen dich, also natürlich im Deutschen eher, dass sie dich erkennen, aber in der Wortstelle vom Griechischen, dass sie erkennen dich, den allein wahren Gott. So ist dann die Übersetzung korrekt und wenn wir das so haben, dann sieht es natürlich auch schon anders aus und wir verstehen schon mal, dass es ein deutlich, deutlich einfachere Antwort ist auf diese Frage, als mit der Formulierung von vorhin. Weil vorhin hat man das dann so ein bisschen interpretiert, als würde das bedeuten, allein der Vater ist der wahre Gott, aber wenn wir haben den allein wahren Gott, dann heißt das natürlich nicht, dass allein der Vater der wahre Gott ist, sondern heißt das, dass der Vater der allein wahre Gott ist. Also, es gibt einen allein wahren Gott und der Vater ist eben dieser Gott, der allein wahr ist. Es gibt keinen anderen Gott, der noch wahr ist. Das ist der ganze Punkt dieses Verses. Es gibt nur einen Gott und es gibt keinen anderen wahren Gott außer ihn. Und hier wird jetzt eben gesagt, der Vater ist eben dieser allein wahre Gott, aber nicht allein der Vater ist der wahre Gott. Das steht hier wiederum nicht. Also, der du allein wahrer Gott bist, da sieht man, es bedeutet da trotzdem auch in der Luther-Übersetzung hier, auch, dass eben der Vater dieser Gott ist, der allein wahr ist. Es bedeutet nicht, dass allein der Vater dieser wahre Gott ist. Okay? Und das ist eben der entscheidende Punkt, weil die Luther-Übersetzung, die kann man auf zwei Arten verstehen, aber das Griechische nicht. Das Griechische ist klipp und klar eindeutig, dass es nur so verstanden werden kann, dass tatsächlich der Vater dieser Gott ist, der allein wahr ist, aber dass es nicht so verstanden werden kann, dass der Vater allein dieser wahre Gott ist. Okay? Das ist ein Unterschied. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Und damit wir das Ganze auch verstehen, wollen wir uns überlegen, wie wird man das denn im Griechischen dann irgendwie formulieren, wenn man es auf die andere Art und Weise sagen wollte. Und zwar, ich hatte mal ein paar Sachen überlegt. Wie könnte man das am besten überschreiben? Wie könnte man das am besten umschreiben? Und man könnte dann zum Beispiel sagen, hinaginos kusense, also quasi, dass sie erkennen dich, und dann hos monos hoaletinos theos estin. Ja, das wäre dann mit, also das musst du dann quasi hier im Relativsatz sagen, ja, also dass sie erkennen dich, der allein, ja, Relativsatz, hos monos, der allein, und dann, der wahre Gott ist. Ja, also hoaletinos theos estin. Okay? Das heißt, wir finden das Ganze dann hier im Nominativ durchgehend, ja, hos monos, alles Nominativ, dann hoaletinos theos, auch alles Nominativ, nichts im Akkusativ. Das ist hier ein wichtiger Unterschied. Und wir finden das hier im Relativsatz, was wir im Griechischen ja auch nicht finden, in dem tatsächlichen Vers. Ja, also springender Punkt Akkusativ. Ganz wichtig, hier steht es nicht im Nominativ. Aber, damit wir das aussagen würden, müssten wir das irgendwie im Nominativ aufbauen. Ja, also hos monos, der allein, hoaletinos theos estin, der wahre Gott ist. Ja, also damit sie erkennen dich, der allein, der wahre Gott ist. Das könnte man zum Beispiel sagen, das wäre eine Möglichkeit. Was wäre noch eine Möglichkeit? Man könnte überlegen, dass man einen Teil von diesem Satz, von diesem Nebensatz, im Akkusativ lässt, und dann einen weiteren Teil im Nominativ schreibt. Was meine ich? Zum Beispiel könnte man sagen, hina ginoskosin se, ton aletinon theon, hos sui monos. Also quasi, ton aletinon theon, wieder wie im Vers 3 von Johannes 17, nur mit dem Unterschied, dass das allein hier rausgenommen wurde. Also quasi hätte man dann, ginoskosin se, also erkenne dich, ton aletinon theon, den wahren Gott, und dann eben im Relativsatz, hos sui monos, also der du allein bist, könnte man dann sagen. Ja, also damit sie dich erkennen, den wahren Gott, der du allein bist. Dann könnte man das wieder sagen, okay, hier beziehen sie es wirklich nur auf den Vater und der ist der wahre Gott, aber sonst niemand anders, der Sohn ist ausgeschlossen. Das wäre dann hier möglich. Und dann hätte man tatsächlich auch nach dem Personalpronomen, also das dich, ja, damit sie erkennen dich. Danach hätte man dann hier sogar das Ganze im Akkusativ weiterhin, ja, den wahren Gott im Akkusativ. Und dann hätte man danach im Relativsatz, im Relativsatz, das Ganze, dass das wirklich nur auf den Vater bezogen wird. Das wäre noch eine Möglichkeit und da muss man nicht alles im Nominativ schreiben. Aber wenn wir uns jetzt wirklich die Luther-Übersetzung anschauen, die ich ja eben vorgelesen habe, also quasi, da wird es ja gesagt, dass sie dich erkennen, also dass sie dich erkennen vorher und dann dich, der du allein wahrer Gott bist, ja. Habe ich mal überlegt, wie könnte man das im Riechischen ausdrücken. Und ich würde sagen, dass was man am ehesten sagen könnte, wäre, hina genos kusense, hos monos i ho aletinos teos. Also quasi, damit sie erkennen dich, der du bist, allein, beziehungsweise halt sui ist ja du bist, aber das sui wird man hier dann einfach rausnehmen, das muss man nicht unbedingt sagen, also hat man quasi das bist hier. Also dann, hos monos i, wieder im Relativsatz, damit sie erkennen dich, der du bist, allein, und dann, ho aletinos teos, der wahre Gott. Damit sie erkennen dich, der du bist, allein, der wahre Gott. Das wäre dann eben wahrscheinlich am nächsten, wie man das so hätte in der Wortstellung, damit es zu dem Luthertext passen würde, und dann wäre es auch zweideutig, aber, so steht es im Griechischen nicht. Und deswegen, deswegen kommt diese Frage eigentlich auch nur deswegen auf, weil wir Übersetzungen hier haben. Ja, im Griechischen ist das eindeutig, im Griechischen ist das überhaupt gar keine Frage. Es ist überhaupt keine Frage im Griechischen, was hier gemeint ist. Ja, es ist absolut eindeutig im Griechischen, dass hier ausschließlich gemeint sein kann, dass der Vater dieser allein wahre Gott ist, aber nicht, dass der Vater allein der wahre Gott ist. Also, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass andere Personen ebenfalls dieser wahre Gott sein können, ja, ebenfalls dieser allein wahre Gott sein können. Aber es ist nicht hier irgendwie der Fall, dass hier gesagt wird, nur der Vater ist das. Ja, also es ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass es auch andere Personen gibt, auf die das hier zutrifft, solange es eben derselbe einzig wahre Gott ist. Und genau das ist ja auch die Lehre des Trinitarismus, dass es, beziehungsweise die Lehre der Trinität, dass es eben keinen zweiten Gott gibt, sondern, dass alle drei Hypostasen, alle drei Personen ein und derselbe Gott sind. Deswegen ist es hiermit absolut übereinstimmt und es gibt einfach kein Problem. Durch irgendeine Übersetzung wird dann einfach probiert, ein Problem herzustellen, aber wenn wir auf den Originaltext gehen, dann sehen wir, das ist nicht der Pfeil. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal ein paar andere Übersetzungen anschauen, um zu gucken, wie die das übersetzen. Und als Beispiel haben wir jetzt hier die Elberfelder. Lesen wir mal den Vers 3. Da steht, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also die haben hier das, dass sie dich und das erkennen, haben sie aufgesplittet, das würde ich wahrscheinlich zusammenschreiben, also dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Aber so passt das auf jeden Fall und besonders dieser Nebensatz, also Tonmonon Aletinon Theon, das wurde hier eben richtig übersetzt. Den allein wahren Gott steht hier wunderbar im Akkusativ und genau das ist auch, was im Griechischen steht. Auch zum Beispiel, wenn wir in die Schlachterübersetzung gehen, die hat das dann sehr, sehr ähnlich. Die schreibt nämlich in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also ebenfalls wieder akkusativ richtig übersetzt und entsprechend dem Griechischen finden wir das in der richtigen Übersetzung hier. Und wenn wir die richtige Übersetzung hier haben an der Stelle, dann sehen wir auch, es gibt absolut kein Problem. Ja, es ist ganz eindeutig, was das hier meint. Und der gesamte Punkt dieses Verses ist einzig und allein. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen wahren Gott. Ja, wunderbar. Das ist genau das, was die Trinität auch lehrt. Es gibt nur einen Gott und dieser Gott trägt den Namen Yahweh. Ja, also es gibt einen Gott und das ist aber unterschiedliche Hypostasen, unterschiedliche Personen in diesem Gott gibt. Das ist von diesem Vers nicht ausgeschlossen. Das heißt, über die verschiedenen Personen sagt der Vers gar nichts aus, sondern es bezieht sich einfach nur darauf, dass es nur einen Gott gibt. Wunderbar, denn daran glauben Trinitarier ebenfalls. Jetzt kannst du dir noch eine weitere Stelle anschauen, die behauptet wird, wo Jesus angeblich bestreiten würde, Gott zu sein. Und wenn ihr euch das Ganze anschaut und den Content auf diesem Kanal sehr interessant findet, dann hinterlasst doch gerne ein Abo und auch ein Like und wenn es euch auch nicht gefallen hat, dann liked das Video gerne auch. Einfach warum nicht? Musik